Hallo und herzlich willkommen hier zurück und ja. Als Stanley kam zu einem Set von zwei öbten Türen, hat er die Tür auf seiner Seite. Das war nicht der richtige Weg zum Gespräch. Und Stanley wusste es perfekt gut. Vielleicht wollte er erst bei der Arbeitstuhlounge stoppen, um es nur zu erinnern. Wow, ja, dieser Raum. Wie ein schönes Raum. Wie ein wunderschönes, wunderschönes Raum. Ah ja. Das ist eher relativ billig. Nahm er sie oder nahm er sie nicht? Wie entscheiden wir uns denn diesmal? Hm. 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 Wir haben es jetzt einmal negiert. Hm. Jetzt haben wir es nochmal. Ja, warum nicht? Machen wir von Anfang an einmal alles falsch. Stanley war so schlecht bei der folgenden Direktionen. Es ist unglaublich, dass er nicht fünf Jahre alt war. Tja, Stanley ist halt... Do not jump from the Cargolift while it is in motion. Will cost death. Hm. Man muss noch bezahlen dafür, dass man in den Tod stürzt mit 5.000, weil die mich verarschen. Hör, Stanley. Ich glaube, wir sollten runterfallen. Hör, Stanley. Ich glaube, wir haben vielleicht auf den falschen Fuß hier. Ich bin nicht dein enemy. Wir sind wirklich nicht. Ich bin nicht. Ich glaube, wir sollten runterfallen. Ja, das war's. Ja, das war's. Fun. Sorry. Stanley. Stanley. Aber in seinem Egon ist zu prüfen, dass er in Kontrolle der Geschichte ist und niemand kann ihm sagen, was zu tun. Stanley lebt von der Plattform und zu seiner Tod. Gut Arbeit, Stanley. Jeder denkt, dass du sehr stark bist. Ach, das war ja immer schön. Man konnte tatsächlich in den Tod springen. Was könnte es sein? Stanley hat entschieden, dass er in die Gespräche gehen kann. Vielleicht hätte er einfach ein Memo verloren. Wenn Stanley zu einem Set von zwei öffnen... Das war nicht der Direktor der Gespräche. Und Stanley wusste es perfekt. Vielleicht wollte er die Gespräche von der Lounge erst, um ihn zu erinnern. Einblendungen und Gespräche, die kennen wir ja schon. Der Lounge war sublime. Ein Arbeit von Kunst. Aber wütend, um zurück zu Business zu kommen, hat Stanley die erste öffne Tür auf seiner Seite. Nein, er wird nicht. Er geht weiter, geradeaus. Da links. Geradeaus und springt diesmal nicht runter. Da könnte ich auch durch. Da will ich hin. Ich bin dein enemy, wirklich. Ich bin nicht. Ich verstehe, dass sich dein Vertrauen in jemanden in jemanden ist schwierig. Aber die Geschichte ist, dass die Geschichte nicht nur dich, aber dich, all diese Zeit. Es gibt jemanden, du hast, Stanley. Es gibt jemanden, du hast vergessen. Was? Wirklich? Ich war in der Mitte von etwas. Das war also auch eine Möglichkeit. Cool. Danger everywhere. Danger zone. Wo sind wir denn hier? Lagerhaus? Abteilung? Jetzt hör auf. Das ist wichtig. Stanley ging durch die rote Tür. Alter, wie viele Entscheidungen es hier gibt. Das ist ja der Wahnsinn. Ich geh mal wieder rechts. Ich sagte, hier negieren war das. Vielleicht hast du dich verstanden. Stanley ging durch die rote Tür. Hey, du Penner. Ich geh aber nicht durch. Ich glaube nicht, dass wir richtig kommunikieren. Stanley ging durch die rote Tür. Okay, gut. Geh auf, Stanley. Willst du so schlecht wissen, was da drin ist? Willst du herausfinden, was am Ende dieser Straße liegt? Du hast die Welt gewählt. Lass mich dich nicht stoppen. Verwinkelte Gänge. Das ist noch nicht viel. Ah. Wow. Ich helde hier, Stanley. Ich helde diese strange und unkwählenen Sie von deinem Wunsch. Was würde das Spiel besser machen? Was hast du besser gemacht? Was hast du gesehen? Vehikel? Schilderäge? Arbeit mit mir. Du hast mir absolut nichts gemacht. So far. Ich sage dir was. Ich sage dir, ich schaufe in die darken und ein neues Design. Und du kannst mir ein Feedback geben. Da geht's. Ein drittes Option. Das schon fühlt sich vor der wir vorher waren. Geh, Stanley. Geh es für ein Spinn. Hm. Eine dritte Auswahl. Sollen wir jetzt schon wieder auf ihn hören? Oder nicht? Ich wollte ja jetzt eigentlich alles negieren. Aber irgendwie... Verdammt! Lockt mich jetzt diese dritte neue Tür. Okay. Ich werde dich da stoppen. Jetzt. Sag mir über deine Erfahrung mit dieser neuen Version. Würdest du sagen, dass das Spiel von dir mehr Auswahl erfordert hat? Seid dich frei, ehrlich zu sein. Ich schaue hier etwas wirklich kritisches Feedback. Hmm. 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 Nehmen wir jetzt eine Eins oder eine Fünf? Ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Ach, ich probiere es mal mit einer Eins. Eine Eins? Ich meine, ich kann es verstehen, wenn du Reservations gehabt hättest. Du sahen, man sieht, dass das Spiel verbessert könnte, um sich mehr vollständig und mechanisch und artistisch zu vermitteln. Aber eine Eins? Das ist nicht sogar hilfreich. Was soll ich damit machen? Ach so, das war schlicht. Ach so, das war schlicht. Ach so, das war schlicht. Ich bin der 9 328. Genau. Ich gehe jetzt mal wieder durch diese Tür. Hm. What the fuck? Be sure to keep notes on your experience. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely despite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes. This seems like it'll work. Let's give it a shot. Whoa! Is this any better? At last, the one thing you've always desired. a game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Tell me that, Stanley. Will it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. From now on I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. This hat er uns ins Minecraft geschickt. Ich glaub's dir nicht. Here. And then... Rup, dum, 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 dum. Let's see, what does it need? I, yes, of course. And just to finish it all off... Yes, it's complete. I made the standing. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. Ah, but you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside. Kann man jetzt wieder abhauen? Nein, nicht wirklich. Ist das nicht großartig? Ist das nicht perfekt? Es könnte nur besser sein, wenn... Warte, das ist es. Wir müssen es aus Diamand. Diamand, alles. Ja, ja, ja. Komm schon, Stanley. Wir müssen zu minieren. Ach, du Scheiße, ist das gut gemacht. Ich glaub's ja nicht. Oh mein, es sieht aus, wie es ein bisschen schmerz wird. Hast du ein Licht gebracht? Nein, 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 nein. Das ist viel mehr offenbar, als ich in der Meinung hatte. Ich schaue etwas mehr langer und lineerer. etwas, das macht, dass du dich wirklich irreleventer fühlst. Das wird nicht alles tun. Oh, jetzt kommen wir gerade zu den Bösen. Ja, ich weiß gar nicht, was dieses Spiel ist, aber ich liebe es. Du, in einer Schlauze, mit keinem Weg raus. Du hörst mich zu sprechen. Oh, es ist inspiriert. Ich hätte es nicht besser gemacht, ich hätte es mir selbst gemacht. Vielleicht nennt man das auch Portal. Oh, es ist ein Puzzle. Kritische Gedanken, Stanley. Du hast eine Schlauze. Genie. Ja, siehst du mal. Nein, eigentlich, du weißt, was, ich denke, das ist viel. Ich bin wirklich nicht interessiert, um zu sehen, dass du mehr über diese Spiele verletzt hast. Und ich bin sehr froh, dass du mehr wiser für die Erfahrung hast. Das ist, warum, wenn du weiterverletzt hast, ich werde dich hier einfach verletzt. Du kannst du sagen, dass du das Spiel verletzt hast, wenn es etwas richer für dich macht. Aber wie für mich, ich habe genug. Also, warum nicht so gut in dieser Raum, und wenn du irgendwelche Ideen für die perfekte Videobeschreibung hast, kannst du einfach da sitzen und es in dir in dir für all die Eternationen sein. I don't need your advice. I don't need your ratings. And I certainly don't need the validation of a man whose job is to push buttons. I think I'll just go about my business making meaningful cultural contributions to the world. And perhaps every now and then, I'll think back to a man named Stanley who was objectively wrong in every decision he ever made. The thought won't last long. Goodbye, Stanley. Good luck with your work. And I sincerely hope that everyone lives happily ever after. Vielen Dank für diese wertvolle Erfahrung. Und dass man auch in Portal nur Knöpfe drückt. Boom. Was? Wir leben noch. Beta Zone Area 5. Filling Cabins. Der hat uns jetzt wirklich einfach alleingelassen. Woaah. Help. We are lost. Geil. Ähm. Gibt's hier ein Ende? Zumindest gibt's ein Licht am Ende des Tunnels. 4, 2, 7. Und jetzt? Wir haben absolut nichts geschafft, hab ich's gefühlt. Ähm. Help. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice. And if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Well. Und es beginnt vor Neuem. Ich muss sagen, das Spiel ist der absolute geilste Scheiß der Welt. Alleine mit was es uns bombardiert, an Eindrücken, an Überlegungen, an simpelsten Gedankenspeachen, in dem Sinne von Spielen, dass es uns zeigt, bei denen wir quasi genau dasselbe tun. Einfach nur Knöpfe und Drücken und Fantasie und auf das hören, was ein Erzähler uns sagt, damit wir in der Story weiterkommen, um aufhören zu müssen, nicht zu wissen, was wir tun könnten, sollen oder müssen. Also quasi ein Sandbox-Spiel ist immer an einem Spiel, bei dem wir gezwungen werden, das zu tun, was getan werden soll. Und es macht uns dadurch glücklich, dass wir die Aufgaben erledigen, wie sie andere ausgedacht haben. Und noch weitere Gedankenspielchen. Halleluja, das Spiel ist echt geil. So, dann probieren wir im nächsten Part mal wieder eine andere Art und Weise des Spiels aus. Bis dann!